Servus und hallo zum VLOG, hier auf MabacherTV. Ja, on top of the world, im eigenen Pool. Na gut, das ist nicht ganz das Dach der Welt, das ist meine Feuertreppe und der Pool ist ein Planschbecken. Aber wenn wir es ehrlich sagen, für mich genügt es, weil ich bin eher der Tiefschwimmer als der Weitschwimmer, deswegen sind 20 cm Wassertiefe mehr als genug. Ja, was tue ich heute diese Woche erzählen? Es ist zu heiß und viel zu anstrengend irgendwas zu machen, deswegen habe ich mich ins Wasser gesetzt und ehrlich, es geht mir gerade sehr gut und es ist sehr entspannend und es ist einfach unglaublich. Und ich hoffe, euch geht es genauso gut. Ihr wisst vielleicht, ich bin nominiert in Deutschland für einen Award, einen Smart Hero Award und da werde ich am 1. Juli nach Berlin fahren, auch wenn ich nichts gewinne. Die Stiftung Soziale Chancen und Facebook, die diesen Award ausgeschaut haben, die laden alle Nominierten ein, um nach Berlin zu kommen. Das heißt, gratis Tritt nach Berlin, ob ich gewinne oder nicht, das verbuche ich schon als großen Gewinn. Vorige Woche, Fernsehpreis, ich und Zitronenwasser. Irre. Gibt es nächste Woche einen Beitrag dazu? Heute war es einfach zu heiß dazu. Ja, was soll ich sagen, ich hoffe, ihr lasst euchs gut gehen, so wie ich zum Beispiel. Martin, ich darf bitten. Puhl, Drink, großartige Assistenz. Das Leben meint es manchmal richtig gut mit einem. Das war es eigentlich schon für heute. Mein Name ist Martin, ich hoffe, euch gehts so gut wie mir. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nein, bitte ebenfalls, lasst uns darüber reden. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zusehen. Servus. Oh. Ich rufe. Ich rufe. Sehr gut. It's time to trim again.